Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die Quest die Vorbereitungen laufen anzunehmen bei Loft Quest und Schattenbruch in Danktum des Lichts dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Bei dieser Quest darf man ein Steinbalkledergeschirr besorgen unabhängig davon ob ihr ein Lederverarbeiter seid oder ob ihr es aus dem Auktionshaus kauft, das ist egal. Ich habe schon im Auktionshaus gekauft und damit ist gemeint ein Steinbalklederhavenisch. Also wie ihr seht steht im Quest Steinbalkledergeschirr aber es ist ein Steinbalklederhavenisch. Den müsst ihr euch besorgen egal wie. Und da ich das Item schon neben Inventar habe, darf man die Quest bei Loft Quest und Schattenbruch abgeben in Sanktum des Lichts. In dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Seid gegrüßt. Hoff ich konnte euch helfen. Tschau.